Hier sehen Sie die MSC Splendida, liegt auch im Hafen von Barcelona, wie wir auch. Ein richtig schönes, großes, schönes Schiff. Und hier in der See. Die Seilbahn geht bis zum Strand. Durchsitzen der Sitzung hoch, bis zum Strand kann man rüberfahren. Und hier haben wir die Kanäle. Durchsitzen von Named. Nichts, nicht, nicht weitergehen. Die Seilbahn raht hier in Sachs.